also was jetzt? x zum schweben, aber wann, 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 wann also ich würde nochmal, ich möchte nochmal erwähnen, dass ich mit allen dreien angekommen bin mein squad ist halt das beste gewesen richtig killer mit der, mit der drachenkappe richtig behindert sammelt alle fusseln auf greife auf die sacktasche zu gut, aber haben wir jetzt eigentlich diese sidequest erfüllt oder war das jetzt einfach, achso, das war einfach nur so eine zusatzmission quasi als minigame weil normalerweise hast du ja immer die schlüssel eingesammelt für die minigames wie komme ich in der arke weiter geht's es leckt gerade und da ist doch schon wieder tot nein mann na dann gehen wir da hinten weiter ich weiß aber nicht ob das das sinn ist ok ist genau um ah jetzt sind wir wieder hier also gehen wir nochmal nach rechts oder springen die ist immer nicht nach hinten der labert schon wieder lauft lauft um euer leben wir können auch nach hier oben extrablatt, muten kreativ am ende lesen sie alles darüber ist das hier zum einsammeln ah, dino, dino oh ja, ein dino, das ist schön was ist das? oh ne oh, der Typ geh erstmal gezent da hin und hol mir das ah ok, hier ist wieder eine mission oder so das ist jetzt warte mal kurz, wir gucken mal hier nach nach rechts was ist das? schon wieder er braucht Hilfe er braucht Hilfe wollen wir ihm helfen? ich brauche Hilfe, natürlich sie sind mir hilfsbereit neue Quest die Reifenprüfung ne, ja doch Rennen fahren oh, das sieht gut aus das schaffe ich das klingt gut zu sein Dreckeslagen wenn du echt sagst kriegst du tolle neue Klamotten wenn du sagst na dann los geht's ab geht's Leute go go initiiert großartigkeit das kenn ich Hör mal bitte auf so dumm zu sein das ist schwer in der Tat hier steht übrigens der Pumpinator bläst nicht nur er kann auch saugen okay, wo ist mein Gefährt? kommt noch Wenn das Rennen großartig wird, dann brauche ich deine Hilfe, nur die aller fnelste Ok, voll nice! Da die Kreativität von Mangelwald weg ist, kannst du ein Gefährt bauen, das gegen mich, Gustavo, den fnelste Karre von Mangelwald anreffen! Das ist doch gut, so wie es ist! Lass mal Ballhandlers jetzt! Boah, jetzt müssen wir jetzt ernsthaft eine Karre bauen? Was? Du, so in Heaven ist echt gut, du! Wenn ich Pause wählen, ja... Kürbis! Können wir das zusammen machen, oder? Macht ihr das grad selber, oder seht ihr meins? Oh, wir gucken zu! Aber ihr könnt gar nichts machen? Das ist mal ne Schelle, wenn du dir Scheiße baust! Hier, zack, kommt ein Rad dran! Kommt ein Rad dran! Was ist das, ein Gerät? Kommt der, der Führerschein hat? Ja, der muss hier ein Auto bauen, oder? Das war ja nix! Bau das Gerät mal da dran! Zack! Das sieht interessant aus! Voll schön! So, das reicht doch, oder nicht? Wenn dein Auto zu langsam wird, zieh den Hebel und fange mal an! Nein! Nein! Das war Löschen! Ich hab's ausgeschrottet! Ich hab's ausgeschrottet! So, was hat er jetzt gesagt? Wir kommen jetzt hier zum Rennen? Der soll aufhören mit seinem komischen Dialekt zu hören! Muy rapido! Zieh den Hebel, ja! Oh, noch etwas! Wenn du nicht weiterkommst, halt der Elf frei! Okay, Elf 2 zum Rennen neu starten! Aber ich würde gerne mal generell zum Rennen... Kommt der, Amigo! Wir kommen jetzt hier zum Rennen? Hier! Durch die Tür, oder was? Ist hier ne Tür? Ne! Doch! Ne! Ah, okay! So ist das! Geht los, oder nicht? Ja! Yeah! Müssen wir jetzt zusammen alle fahren? Oh, wir müssen gegen den zusammen fahren! Wie kommt man da so rein? Boah, Bombe! So! Okay, los Leute! Das wird cool! Das kannst du so machen müssen! Los geht's! Ach, erinnern muss! Keine Ahnung, was wir machen müssen! Ich drück einfach R1 und L1 irgendwie! Selbstzerstörung L2 nicht drücken! Wieso sind wir so langsam? Jetzt aber! Ist jetzt sweet hier! Schönes Outdoor! Schönes Outdoor! Voll schick! Der zieht uns ab! Mit seiner hässlichen Schlüssel! Was ist ein X? Was ist ein X? Oh, ist Schweden! Oh, nicht okay! Er zieht hier rum! Warte! Was machen wir denn hier? Jetzt X hier! Wow! Der Luftballon! Wir hätten es fast geschafft! Nein! L2 oder? Zum Neustarten! L2! Okay, Neustarten! Machen wir nochmal! Wir ziehen den ab! Das kann nicht sein, dass der hier am gewinnen ist! Echt so! Aber wann müssen wir denn X drücken? Wann müssen wir denn hier Gas geben? Na immer! X ist bloß Schwebemodus! X ist Schwebemodus! Ich dachte es ist Power geben! Ne! L1 und R1 ist Power geben! Warte auf 2 Spieler! Na dann! Ja! Los geht's! Jetzt aber! Also was jetzt? X zum Schweben! Aber wann 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 wann? Ich dachte es ist Power geben! Aber der fährt uns einfach davon! Das ist doch nicht fair jetzt! Da hast du dort so Nadelbalken! Da kannst du nicht immer schweben! Achso! Nein! Das war zu viel! Das sollte das nicht passieren! Ich glaub's gut! Achso! Was ist denn das? So eine Scheiße! Kann jeder da alles drücken oder was? Jetzt! Los geht's! Das war aber eigentlich gut! Ne das war ganz gut glaube ich! Wir haben den eingeholt! Jetzt nochmal schweben? Jetzt! Oh! Und schaffen wir! Ja bitch! Ja man! Und nochmal! Wir kriegen den Spast! Leute wir schaffen das! Gas! Jetzt nochmal? Oder? Was sagt ihr? Feiße! Nein! Direkt auf die Kante! Wieso fährt er nicht nach rechts? Der Spast! Nein! 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 Der ist schon im Ziel! Ja genau! Versuch es nochmal! Vielleicht! Versuch es nochmal! Wollen wir es nochmal versuchen? Na einmal noch! Wir müssen! Das ist ja voll dumm! Achso wir müssen erst vor Tür laufen! Wir müssen mit dem Treppen Kürbis fahren! Das ist ja toll! Wind und Schnittfisch! Der Kürbis! Hast du mal den seine Karre gesehen? Ja! Der Kürbis halt! Was? Wir müssen uns ein bisschen mehr absprechen wann wir diesen Schub da geben! Also ich glaube der erste Schub war ganz schön kacke! Den wir gemacht haben! Aber der andere war ganz gut! Los! Los Dings! Wir müssen trotzdem abstimmen wann! Ja! Amigo! Hier oder? Amigo! Los geht's! Go! Ups! 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 Aber nicht kippen! Wow! Wann kam diese Stufe wo wir dann auf die andere Ebene sind? Ich weiß es nicht mehr! Jetzt! Jetzt! Warte warte! Jetzt! 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 Los geht's! Oh der war gut! Ja ja nein! Nein! Ja doch 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 doch! Ein bisschen so! Ja perfekt! Wir sind schon näher dran! Das schaffen wir! Müssen! Unfall! Oh komm! Jetzt! Los geht's! Los geht's! Oh nein! Wir kippen! Alles läuft nach Plan! Gut gut! Genau so war es gedacht! Es war so geplant! Der ist aber trotzdem schneller! Das ist so unfair! Das ist für mich! Oh nein! Oh nein! Verdammt! Oh das war auch schon knapper! Ja das war knapp! Einen Versuch geben wir noch oder? Okay! Wir probieren es nochmal! Mach einmal noch mal was! Doch dann ist Schluss! Kann nicht sein dass dieser hässliche Spanier was das ist hier uns abzieht! Muss ich sagen! Das geht dann ab! Aber auf jeden Fall wir haben das schon! Also ich weiß gar nicht welcher Schub das war! Aber der eine war scheiße wo wir dann halt quasi mit den Vorderrädern als erstes aufgekommen sind! Die anderen war ganz gut! Jetzt! Und los geht's! Und los geht's! Was ist das vom Signal? Komm schon! Jetzt gleich wieder! Und los geht's! Oh das war knapp! Oh das war knapp! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und nochmal! Nein! Leute! Alles läuft nach Plan! Dort wir holen auf! Kann das nicht schaffen! Drückt ihr eigentlich alle? Go! Ja! Immer mal! L1 und R1 Ne! Ich drück nur X für Schub! Wir müssen hier glaube ich immer ganz wenig oder? Damit wir hier nicht so hängen bleiben! Ja genau! Oh das wird knapp! Na der ist ja gleich schon im Ziel oder? Schub! Nein! Stiert! Hurensohn! Oh Gott! Okay ich würde sagen wenn wir... Kommen wir hier wieder raus? Ah ja hier ist der Sumpf! Okay dann gehen wir wieder zurück! Können wir später nochmal probieren! Wir haben unser bestes gegeben! Ja! Das war knapp! Sehr knapp! Willkommen zurück zu LittleBigPlanet3! Wir sind hier wieder am Start und müssen immer noch irgendwelche komischen Perlen hier glaube ich sammeln um Otzok freizuschalten! Und wir haben bisher überhaupt gar nichts geschafft glaube ich und werden jetzt erstmal... Was machen? Was machen wir jetzt? Wo gehen wir als erstes hin? Links jetzt! Links jetzt mal? Links! Links! Ich dachte wir gehen immer rechts! Dachte ich ja auch! Nein! Das hat mir gestern versucht! Doch nicht mehr! Das hat nicht funktioniert! Das hat nicht funktioniert! Tami kriegt heute keine Blasen hier! Keine Dinge einzusammeln! Mach dir wieder den ersten Platz! Ja das seh ich auch nicht ein! Ja das find ich nicht gut! Sei doch neidisch! Oh was? Shit! Ich hab... Tschüss hier ich nehm erstmal... Was? Aber wir können raufklettern! Mia Esmiles möchte bei dir mitspielen! Bist du einverstanden? Nein! Das ist ein Fanboy! Können wir nachher! Attacke! Oh! Oh die Koma! Das haben wir vergessen! Was ist das? Bam! Was jetzt? Ich hab da komplett die Übersicht verloren! Oh fuck! Ich bin tot! Können wir nicht raus! Nee ich bin da noch! Ich lebe nicht! Ich lebe nicht mehr! Ich lebe! Ich hab die Übersicht verloren! Ich hab die Übersicht verloren! Wollen wir jetzt nach links gehen? Können wir nicht so Quests aktivieren? Oder so? Nein ich müsste nochmal nach links gehen! Dann kommen noch so Richtungspfeile! Ach ist das so? Oh der labert schon wieder! Bei dem Schiff war es so! Warte mal! Ne die Nebenmissionen haben wir! Also das Rennfahren und diese komische! Wo diese Bürgertande war! Und dann halt die Hauptmissionen! Wo wir einmal zur Festung müssen! Einmal zum großen Baum! Und einmal in den Weltraum! So wir gehen jetzt einfach nach links! Okay! Ah ok! Ich hab das Viereck drücken! Es führe mich! Dann zeigt er uns den Weg! Juhu! Habt ihr auch eine Markierung jetzt? Jo! Japp! Okay gut! Dann doch nach links! Dann doch nach links! Sag ich doch! Uhu! Der kleine Hellgast! Aber wir müssen auch noch den ganzen Crap hier mit einsammeln! Ich glaube da kommen wir nicht an! Ne da kommen wir glaub... Oh nein! Wird da die Ebene gewechselt! Ist schon wieder passiert! Nein! Ich nicht! Hihi! Ich hab's mal gemacht Jungs und Mädels! Oh! Creepy Guy! Was ist das? Creepy Guy! Ich bin Samsam! Und das hier ist Samsams Mode-Amperium! Dein Schafes Amperium! Komm mal! Das ist Frankreich! Das ist Frankreich! Das ist Frankreich! Wir müssen aber weiter nach links! Der labert uns hier voll! Da müssen wir gar nicht hin! Nee, den brauchen wir nicht! Na klar! Da oben hin! Schlag den mal! Ich kann mich nicht bewegen! Warte! Jetzt! Schlagen! 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 Ach nee! Das ist ja schon was uns... Wir müssen... Nach links jetzt! Ja! Genau! Kommen wir zu meiner Ebene hier! So, da kommt Tami wieder! Juhu! Dann haben wir was zum Einsam! Aber wir müssen auf jeden Fall das Mini-Game Ich hab mich voll festgepackt! Dann machen wir... Oh, hier unten ist auch noch Stuff! Vielleicht kriegst du ja die Extras wenigstens! Oder auch nicht! Nee, ich glaub du musst dich töten! Dafür gibt's erstmal ne Schalle hier! Oh, wieso klappt's nicht? Oder auch nicht! Der labert schon wieder! Der labert schon wieder! Nicht der! Schlagen! 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 Klappt nicht! So! Müsstest du hier nicht irgendwo rauskommen? Ach, wir müssen hier rein! Da drin ist die Blase! Pass auf! Ich komm da wieder! Und das ist glaube ich nur für den Hund, oder? Der kann ja diese Ebenentzugung laufen! Ja, stimmt! Okay, wir holen erstmal kurz noch hier einen Sorge irgendwo her! Warte mal, bleib mal hier drüben! Und dann... Da kommt er! Ach, ich war hier in dem Wasser, Alter! Ja! So, und jetzt gehen wir hier in das Minigame rein! Please open the door! Denkt stärker nach! Ja, das ist manchmal Grundwacher sitzen!